AXEOS Spielplaylist So lass mich raten, du gehst da draußen als Vodal ruhig deiner Wege und dann, in einer Sekunde zur nächsten, taucht genau vor dir einer dieser Drachen auf und Pfei! Kriegt er dich mit seinem giftigen ätzenden Atem glatt um? Naja, kommt vor, nicht wahr? Du kommst mit dem Codex voran, es freut mich das zu sehen. Wegen meiner Pflichten im Haus konnte ich in letzter Zeit nicht mehr so häufig reisen wie dir. Ich werde für uns beide reisen, Achilles. Ich habe außer diesen Mauern vor wenig gesehen. Du hießt nach deinem ergräbenen Hofmusikanten, ehrwürdiger Hades. Herr, damit meine ich natürlich nicht. Nun, Orpheus, wenn du jetzt genug von deinem kleinen Abstecher in die Abgründe des Tartarus hast, würde ich dich gern noch einmal um eines bitten. Spiele uns ein Lied, oder ich werde das nächste Mal bei deiner Bestrafung nicht mehr so milde walten lassen. Oh, so. Ich muss mich erneut entschuldigen, er würde gehadet. Herr, denn leider verspüre ich noch nicht wieder den Wunsch zu singen, trotz deiner Überredungskunst. Und das ist mein letztes Wort zu diesem Thema, vorläufig. Ist das so? Dann werde ich wohl warten, ich habe alle Geduld der Welt. Er ist in Schwierigkeiten. Was willst du von mir? Ich lass mich in Ruhe, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich wollte nur kurz nach dir schauen, sag einfach Bescheid, falls du reden möchtest, aus irgendeinem Grund. Mir liegt nichts an deiner Gesellschaft und ganz besonders nicht an deinem. Halte dich fern von mir, wenn ich außer Dienst bin. Nix, ich muss dich etwas fragen. Bist du sicher, dass meine Suche nicht vergebens ist, meine Mutter? Was ist, wenn sie tot ist? Deine Mutter lebt noch. Es gibt keine andere Erklärung, denn sonst wäre sie ja hier bei uns. Sie war eine gute Frau. Würdvoll. Würdig. Ich versuche dich in ihrem Sinne aufbeziehen. Ich finde, ich habe mich ganz gut gemacht. Ich finde, ich habe mich ganz gut gemacht. Dann muss ich gleich mal in den Spiegel schauen. Wie für Taschen? Wie für Taschen? Ich bin nicht derart. Ich sehe dich, Mert. Töne Erklärung. Ich muss sagen, Bursche, das ist gut gemacht. Ich bin ziemlich beeindruckt. Und ich werde nicht mal für solche Schmeichereien bezahlt, sondern nur fürs Herumstehen. Danke für deine aufmundersen Worte, Kumpel. Vielleicht hast du recht und eines Tages komme ich wirklich hier raus. Hey, falls ich nicht mehr wiederkomme, sitzt du dann hier bis in alle Ewigkeit fest? Das ist ein guter Witz. Nein, wahrscheinlich nicht. Da stand ich mal in einem Vertrag drüber. Tschüss, alle. Der nächste Bruchversuch. Bye. So, du bist also der Sohn von Hades in dieser Nix-Göttin der Nacht. Du bist also der Sohn von Hades in dieser Nix-Göttin der Nacht. Ist das richtig, Neffe? Nun ja, von allen, die dein erbwürdige Vater dort unten finden konnten, kommt sowohl einer Königin am nächsten. Ich habe versucht, ihn mit betaleren Damen zu verbandeln, doch ohne Erfolg. Was haben wir hier? Dankeschön. More numskulls? Wie ich höre, hattest du Kontakt zu meinem Vater, deinem Onkel Zeus, meine ich. In dem Anteil an deiner mystischen Lage solltest dich geehrt fühlen. Was ist das, was ist das, was ist das. Das war's für heute. Das war's für heute. In dem stillsten, einsamsten, dunkelsten Abgrund der Unterwelt versteckt sich der Nachweis auf den Beginn aller Dinge, von auf Chaos, der uralte Bildhauer, welcher dieser Welt die Form verliebt. Und best take all the Evidence I find. Lass ich dem alle Beweise aufbauen. Gewandelt in der Fenstern ist praktisch unsichtbar, so um des Hades. Selbst mir fällt es mitunter schwer, deine Anwesenheit zu spüren. Die Olympia erhaschen manchmal ein Blick, da dich enthübt stets der Schleier. Das ist der Einfluss von Olympia. Qualvoller Satz, bei dem nächsten Tier schon mit seiner Leitestuhl, 45% plus Schaden, nachfügt dein Sport an 58% mehr Schaden zu. Das ist natürlich auch nicht schlecht für uns. Mit der nächste Bier aufpassen. Wird ein qualvoller Satz oder Anstacheln mit Künstlernis. Bei den nächsten drei normalen Schaden müssen du bis 63% mehr Gegnern stellen. Danach sind alle Steine, die du findest, bis 64% wert. Der Schaden wird dann mehr wert. Ich bin für ein Anstacheln mit Künstlernis. Wenn wir noch früh im Spiel sind, alle noch früh in dieser Fluchtkunft. Aber es wird natürlich... ...einstrengend. Bein, sind die auch gleichzeitig... Okay. Oh-oh. 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 Das ist das, was du bekommst. In the name of Hades. Hades, Athene! Passivisch denn jetzt stehe ich. Es sind noch mehr Fahrzeuge. Das ist das, was du bekommst. Es gibt nur noch 63% mehr Schaden. Caron vielleicht im Hilfreich mit ungefähr 36. 34. Ich nehme diesen. Schneller sprinten. Why hello, Purs. Odd that we're running into one another here. Among the wares of my professional associate, I mean, must be some sort of clerical mistake. Komisch, Vetter. Das soll uns hier über den Weg laufen. Mitten der wares meines Geschäftspartners meine ich. Es muss ein Verwaltungsfehler sein. Ich bewege sich schneller. Ich bewege sich schneller. Wurfe sich der Behalter nur. Nein. Überstelle nahe im Sprint ist für kurze Zeit unbeugsam und bewege sich 100% schneller. Na, größerer. Not now. Not now. Not now. Das war's. 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 Ja, ich bin leider nicht mehr, ich könnte was verkaufen. Nee, eigentlich nicht, weil mein Blitzschlag vielleicht nicht. Dein Angriff sagt, die Kettenpizza aus, genau. Ich bin leider nicht mehr, ich bin leider nicht mehr. Ja, ein Winje, ein Folter in dem Mörder war das. Was ist das? Oh, ich bin nicht mehr. Was ist das? 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 das ist ein Schlauch Hör mir dann garb oder weiter Rote, also Rote, weil wir ja die zum Ding haben dieses Meer, auf jeden Fall, ähm... stein Ich habe die Brüder gelegt, aber ich habe die Brüder gelegt, ich habe die Brüder gelegt. Ich bin auf die Stadt drin, jetzt gehen wir gerne in tausend herzlippeln, ich muss noch weiter ausgehen Was ist das? Was ist das? Was ist das, was ich benutzen kann? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Got you Got you Oh, it's Monty Got you 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 Das ist was du bekommst. Ich glaube, du hast einen schönen Tag in Asvedel. Du musst wirklich die Wärme in diesem Ort reduzieren. Das ist die Wärme. Das ist die Wärme. Ein weiterer Tag oder ein weiterer Nacht. Das ist die Wärme. 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 girls Quelle Ich kann es nicht mehr tun, ich kann es nicht mehr tun. Blutlose, einst waren sie Sterbliche, die auf dem Schlachtfeld fielen und kein ordentliches Begräbnis erhielten. Sie müssen für immer weiter kämpfen und ihr wutschäumendes Bewusstsein steckt in einem Kerker ausgebleichten Knochen. Hier ist die Banscht. Oh, ich muss nach den goldenen Ausschau halten. Passiv, die nächste Gabe, die du findest, hat eine höhere Seite. Oh, ich muss nachdenken. 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 Ich muss nachdenken. Nein, ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Poseidon, oder was ich nicht gesagt habe? Ja, Poseidon. Oh Gott, I love you fucking butterflies. Oh Gott, I love you fucking butterflies. Oh Gott, I love you. I love you. Oh Gott, 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 I love you. Thank the fates. Extra blessing. Oh Gott, I love you. Oh Gott, I love you. Is this really as good as it gets for mortal kind? I love you. Oh Gott, 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 I love you. Oh Gott. Oh Gott. Das war's. How foolhardy of you. Alright, who's next? Wow. I made it this far. Okay, that's not that. I want to find this pool. Yeah. Yeah. This won't end well for you. Okay. 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 No you don't. Okay. 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 das macht mich da auch gut zu treffen Ich kann das jetzt nicht mehr sehen. Das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr... Der Rinder kann meine Gesundheit nicht halten. 2, 6, 5 bis... Oh, wie ist das jetzt? Jetzt müssen wir zu Karone. Ich kann noch ganz ein bisschen leben. Pfff... Aber du kannst nichts mehr haben. Ich bin der Eilige. Ich kann doch nicht auf die Hand. Oh, wieso. Was ist das? Ein Schammens ist da, oder? Aber dann kann ich jetzt nur... Oh, wow. Aber schau mal. Halt schau, Fiend! Du sollst nicht nur ein Schritt nach dem Tag der Zeit gehen, so lange ich hier bin. Thesolus, athenischer Held. HALT SCHUFT! Du wirst keinen einzigen Schritt weiter ans Licht des Tagesteams, lange ich hier bin. 2 gegen 1. Das klingt gar nicht fair. Oh, oh, oh. Lass uns ihn zu töten und es wird getan, König. Hysterius, Stier von Minos. 2 gegen 1 scheint kaum gerecht zu sein. Ach, was soll's. Töten wir ihn und haben es hinter uns, König. Thesios, der Bull von Minos? 2 von Legenden? Ich wäre erinnert, wenn wir hier einen Sportkontest hatten. Thesios, der Stier von Minos, ihr zeigt zwei Legenden. Es wäre mir eine Ehre, hier mit euch entspannen und im Weltkampf auszutragen. Ah, ein unverhohender Versuch, mich von meinen Verwaltungen zu schweigen. Defendet euch, ihr Blaggarten. Und die Gäste zeigen dir, dass ich nicht. Ah, ein unverhohender Versuch, mich von meiner Gestimmung abzubringen. Verteilige dich, Blaggarten. Würgen die Götter, die Gnade weichen lassen, denn ich werde das nicht. für den Wäldern passiert. Halt, du mönster. Oh, ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.